Halte durch, Hortensia! Wir sind schon unterwegs! Und ich glaube nicht, dass ich dieses Polster die ganze Zeit mit dieser Attraktion versteckt habe! Warte, bis das Auge aufgeht, Mickey, und sprüht an! Verpasst der Hand einen Schlag ausweiten! Das wird sie lähmen! Lästige Maus! Bleib stehen, solange ich dich zerbarme! Sobald ich den Pinsel habe, werde ich über die Cartoon-Welt herrschen! Lass dich nicht erwischen! Ich werde euch zerquetschen, die kleine Käfer! Warum käme... Ah, willkommen, Mickey! Jetzt werde ich dich und deine nicht ganz so glücklichen Hasen zermalmen! Sie lädt sich auf! Schnappen wir sie uns! Bist schon unterwegs! Lass dich nicht erwischen! Ich glaube, du hast ihn wütend gemacht! Greif halt an! Ich werde dich und deine nicht ganz so glücklichen Hasen zermalmen! Ah, willkommen, Mickey! Jetzt werde ich dich und deine nicht ganz so glücklichen Hasen zermalmen! Jetzt werde ich dich und deine nicht ganz so glücklichen Hasen zermalmen! Ich werde euch zerquetschen! Ich werde herausfinden, was hinter dieser netten kleinen Welt noch liegt! 25! Oswald, setze deinen Elektroimpuls ein, damit die Drehung langsamer wird! Ich werde dich und deine nicht ganz so glücklichen Hasen zermalmen! Ich werde euch zerquetschen! Warte, bis das Auge aufgeht, Mickey, und sprüht ab! Bin schon unterwegs! Ruhig gemacht! Maschine setzt auf! Ihr habt meine Klaue besiegt, aber das war erst der Anfang! Es wird Zeit, euch meine Tanzenplatz wird sein! Das ist einer der Wächter, Siphons! Aber wie befreien wir sie? Keine Ahnung, aber... Ich werde euch zerquetschen, die kleine Käfer! Ha ha ha! Oswald, setze deinen Elektroimpuls ein, damit die Drehung langsamer wird! Will! Will! Ich werde herausfinden, was hinter dieser netten kleinen Welt noch liegt! Warum kämpft ihr? Gebt mir einfach den Pinsel, dann wird alles gut! Wir müssen hier irgendwas mit diesen Masken anstellen! Wir müssen hier irgendwas mit diesen Masken anstellen! Komm schon! Lass uns diese Masken fertig machen! Sobald ich den Pinsel habe, werde ich über die Cartoon-Welt herrschen! Sobald ich den Pinsel habe, werde ich über die Cartoon-Welt herrschen! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Maschine setzt aus! Die Cartoon-Welt herrschen! Der gehört mir! Ich hab's geschafft Und die Wächter sind jetzt auch frei Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Trotz einiger Viertritte retteten die tapfere Maus und der glückliche Hase Wasteland vor den Machenschaften des Mad Doctor Micky und Oswald wussten nicht, welche Herausforderungen sie noch erwarteten Aber es war beruhigend zu essen, dass wir zusammen das mit allen aufnehmen Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft! 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 Ich hab's geschafft!